In der Klasse B. Spazierenden der anderen Klasse A sind die Freude, der 6. Platz will an die Startländer 156, Karin Nürnberg und einer Storbeck. Spazierenden der anderen Klasse A sind die Freude, der 5. Platz erlangen sich an die Startländer 156, Karin Nürnberg und einer Storbeck. Spazierenden der anderen Klasse A sind die Freude, der 5. Platz 3 gegen die Startländer 156, Karin Nürnberg und einer Storbeck. Spazierenden der anderen Klasse A sind die Freude, der 5. Platz 3 gegen die Startländer 156, Karin Nürnberg und einer Storbeck. Spazierenden der anderen Klasse A ist die Freude, der 4. Platz 3 gegen die Startländer 157, Karin Nürnberg und einer Storbeck. Das war's für heute.